Mit dem Namen Selbstbestimmungsinitiative trichsen wir das Volk so richtig aus. Wir sind so etwas von schlau. Kein Mensch mehr hat den Schwindel, dass es gar nicht Missbestimmung gibt, sondern weniger. Wenn man stief und fest behauptet, es hat etwas mit der EU und dem Rahmenabkommen zu tun, dann kommen wir mit dem schon durch. Ja, aber da schaut doch das Volk. Ja, ja, dreamer. You dream, du. Nein. Genau, und wenn das Volk zu dem Ja sagt, dann stüren wir raus. Jawohl, ich kann das Erste. Ich kümmere mich dann um die Entmachtung des Bundesgerichts. Auf Menschenrechte können die Richter sich nicht mehr berufen. Und dann marschieren wir mit der Initiative zur Abschaffung von Eibäumen durch. Die Schiengelein sollten dann selber schauen. Super, nach dem Ja haben wir freie Bahnen. So komische Frauengruppen, Pseudo-Schweizer oder Baum- und Marmer haben dann sowieso nichts mehr zu sagen. Genau, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Strassburg kann die dann auch nicht mehr schützen. Ja, ja. Und dann schaffen wir den Leuten auch. Den Leuten auch. Die Selbstbestimmungsinitiative öffnet Tür und Tor zur Beschneidung unserer Rechte und gefährdet unsere Demokratie. Lassen Sie sich nicht täuschen. Sagen Sie Nein zur trügerischen Selbstbestimmungsinitiative. Jetzt abstimmen.